Nach Frühling sieht das derzeitige Wetter noch nicht aus, doch die Tourismusgebiete stehen bereits in den Startlöchern. Einer der Besuchermagneten des Vogtlands ist zweifelsohne die Talsperre Pöhl und auch hier ist alles bereit für die bevorstehende Saison. Anfang der Woche wurde hier über die Planungen informiert. Die Talsperre Pöhl zählt zu den größten in Sachsen. Das zeigt sich auch an den Besucherzahlen. Mit Blick auf das zurückliegende Jahr kann der Zweckverband sehr zufrieden sein. Wir sind mit unseren Gästezahlen 2017 gut zufrieden und es gibt uns natürlich Ansporn immer wieder für Neues. 2016, 2017 hatten wir einen Zuwachs an Übernachtungen auf dem Campingplatz, also Campingübernachtungen von 22 Prozent. Es sind über 26.000 und was ein Kriterium ist und uns bestätigt in unserer Entwicklung, wir haben rund 2000 Übernachtungen aus unserem Angebot Übernachtungen in Camping nahen Mietunterkünften generiert. Das heißt, man muss sich auch neu positionieren und neu informieren, Angebote unterbreiten. Dann gewinnt man halt die nächste Sparte des Campinggastes noch dazu. Aber auch die anderen Karawangäste und Zeltgäste haben uns voriges Jahr gut besucht und da sind wir recht zufrieden damit. Damit dieser positive Trend auch weiterhin anhält, dürfen sich die Verantwortlichen nicht auf dem Erreichten ausruhen. Ständige Verbesserungen, Reparaturen und auch Neuerungen sind nötig, um den guten Ruf des Naherholungsgebietes aufrecht zu erhalten. Ja, wir sind schon gut aufgestellt, um instand zu halten einerseits, aber auch mit vielen kleinen Maßnahmen unsere Gäste zufriedenzustellen. Wir haben letztes Jahr, das ist natürlich ein bisschen spät, erst zu Saisonende installiert worden, sodass wir dieses Jahr ab Saisonbeginn kostenfreies WLAN auf dem Touristencampingplatz anbieten können. An der Rezeption liegt es an, in der Gaststätte kann ich surfen und kann dort dann auch unsere vernetzte Internetseite, in dem wir alle touristischen Angebote, die hier an der Talsperre Pöhl vorhanden sind, mit den verschiedenen Touristikern, Freizeitangeboten, dass wir die sofort abrufen können und hat sie verfügbar. Und davon versprechen wir uns auch einen Mehrwert und versuchen den Gast auch hier halt noch einen Tag länger zu halten. Die Zahlen sprechen bereits jetzt für die Talsperre Pöhl. Sachsen hat nur wenige Tourismusgebiete, in denen die Gäste länger bleiben. In Sachsen sagt man, die Verweildauer sind 2,2 Tage. Das ist natürlich auch diesen Besuch in den Städten geschuldet. Und bei uns ist die Verweildauer im letzten Jahr von 2,5 auf 2,6 Tage gestiegen. Das ist ein guter Wert. Es ist auch in anderen Regionen nicht länger. Man kämpft immer so zwischen 2,3 und 2,8 Tage. In Bayern an den Seen wird etwas länger geblieben. Und bei uns sind wir mit 2,6 Tagen gut dabei. Deshalb machen wir auch solche Angebote und sagen, kostenlos Bike & Camp. Dieses Jahr neu in der Nebensaison. Wenn du drei Nächte bei uns auf dem Platz bist, erhältst du an einem Tag zwei Fahrräder kostenfrei und kannst noch die Gegend erkunden. Oder man übernachtet an der Pöhl, um an einer der hochkarätigen Veranstaltungen teilzunehmen. Da hat das Jahr 2018 wieder einiges zu bieten, was die Menschen auch von weiter weg ins Vogtland ziehen dürfte. Ja, wir haben bewährt den Triathlon an der Talsperre Pöhl, dieses Jahr der 20. Triathlon. Da gibt es den Schmankerl für die Sportler, die teilnehmen. Wir werden den Schwimmstart auf der Schlosshalbinsel haben. Und dazu die Teilnehmer mit unseren Fahrgastschiffen von der Schiffsanlegestelle an die Schlosshalbinsel fahren. Und von dort werden sie starten. Das ist etwas Besonderes, auch ein logistischer Aufwand für die Veranstalter, denke ich mal. Dann haben wir den einen der Trails for Germany, einen Salomon Trail, bereits am 6. Mai hier. Das ist jetzt keine Wassersportveranstaltung, aber eine Laufveranstaltung, die unser Areal gerne nutzen wollen. Und das stellen wir natürlich zur Verfügung und unterstützen auch bei der Vorbereitung und auch bei der Durchführung. Dann gibt es die offenen sächsischen Schwimmmeisterschaften im Freiwasserschwimmen, also in einem offenen Wasser. Die finden zum vierten Mal im August hier bei uns statt. Und aus solchen Veranstaltungen gewinnt man ja auch immer wieder mal einen Übernachtungsgast, vielleicht einen Camper, der dann Lust hat, nochmal hierher zu kommen. Deshalb arbeiten wir gerne mit diesen Sportlern und den Organisatoren dieser Sportveranstaltungen zusammen. Bereits ab Gründonnerstag nimmt die Schifffahrt auf der Talsperre Pöhl wieder den Betrieb auf. Doch wie das Wetter zu Ostern auch wird, das Vogtländische Meer, wie man die Talsperre auch nennt, ist bei jedem Wetter eine Reise wert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017